Wir als Klub freuen uns sehr. Der Trainer ist sicherlich einer der herausragenden Spieler auf dieser Welt bei uns begrüßen zu können. Das soll kein Druck sein, sondern es ist eine tolle Geschichte, dass sich Mario Götze für uns entschieden hat. Wir heißen ihn herzlich willkommen. Ich weiß nicht, was der Trainer geplant hat oder vorhat. Wer welche Position spielen wird, das wird sich dann herausstellen. Aber ich denke, wir haben alle in der Mannschaft sehr, sehr große Ziele. Wir haben einen sehr, sehr guten Trainer. Und dass dann wahrscheinlich Vergleiche fallen zu Barcelona und zur damaligen Zeit, ist natürlich normal, das ist klar. Ich glaube, da ist jeder Spieler gewappnet und ich dementsprechend auch. Oder bei dem wünschen ra vor. Nein, wir wissen besonders weiter. Wir können auch das ganze6 quarter- korlste wir. Wir müssen ehreif彎żenie auf so weiterly安μοOR haben. Wir müssen nochmal auf so weiterlevant. Wir haben keinen Prozess.